Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Das erste Interview gehört natürlich dem Head-Coach Mike Stewart. Mike, du gehst jetzt in eine erste volle Saison mit dem VSV. Wie nervös bist du? Wie geht's dir? Ja, ich meine, wir haben uns gut vorbereitet. Die Qualität ist ein bisschen niedrig jetzt an. Ich bin einfach gespannt für das Spiel zu beginnen und ich glaube, dass die Mannschaft sich gut entwickelt hat in den letzten Monaten. Sehr brav trainiert, gut gespielt und wir wollen unbedingt heute gewinnen. Man konnte einen ganz wichtigen Mann endlich zurückholen, Marco Beewald. Wie froh bist du über seine Rückkehr zu dem VSV? Ja, er war für uns enorm wichtig. Er war Nummer eins auf unserer Liste im Frühling. Wenn man redet von den top österreichischen Eishockeyspielern, der gehört dazu. Und vor allem als Kapitän, der bringt Leadership und viel Charakter in unsere Kabine. Obwohl, ich meine, der ist ein lässiger Kerl und er macht eine super Stimmung in der Kabine, ob er am Eis arbeitet wie ein Viech. Und ja, wir sind sehr, sehr froh, dass er dabei ist. Für die Experten zählt der VSV jetzt nicht zu den großen Favoriten. Aber was schätzt, was schätzt du für die Saison? Was ist möglich mit dieser Mannschaft? Ja, was möglich ist, ist alles möglich. Das ist das Vorteil, das ist der Vorteil. Aber ja, es ist mir wichtig, dass wir immer besser werden. Und zu sagen, ja, jede Mannschaft will den Meistertitel gewinnen. Aber in Wirklichkeit, wir müssen Schritt für Schritt besser werden und für jede Partie bereit sein. Und das ist mein Ziel, dass wir eine richtige Leistung bringen zu jeder Partie. Dann hoffen wir, dass es gelingt. Wir wünschen dir eine tolle Saison mit dem VSV. Vielen Dank, Mike Stewart und damit zurück ins Studio.